Herzlich Willkommen Leute zu einem kleinen, wie soll ich sagen, Tutorial zu dem Spiel, das ich seit neuestem ziemlich viel spiele und zwar ist es Warframe. Ja, alle die schon das Spiel gut kennen, die sich gut auskennen und so, die sollen jetzt bitte wegschalten. Ne, ihr könnt natürlich weiterschauen, aber für die ist es uninteressant, denn ich werde euch so ein paar Dinge erklären, die am Anfang nicht wirklich so ganz klar sind. So, dann am besten schauen wir uns mal als erstes das Arsenal an. So, ihr seht hier mein Warframe, ich habe Ember, ja, ich habe so ein Vieh hier oben, das kann man sich hier anschauen, das ist der Sentinel und ich habe auch Waffen. So, jetzt erstmal kleine Erklärung, wie mache ich Mods auf meine Waffen. Tja, dazu geht ihr einfach hier auf den Schraubenschlüssel, zeige ich euch jetzt mal. So, hier ist eine Mod drin, die nehme ich jetzt mal kurz raus. So, jetzt seht ihr hier oben hat es 6 Punkte, hier unten, seht ihr neben der Mod auch Punkte, 6 zum Beispiel, 10, was auch immer. Wenn ich jetzt hier eine Mod rein tue für 6, huch, so, dann geht es auf 0, das heißt ich kann die Punkte so aufbrauchen. So, das ist jetzt eine Mod mit 30% Feuerrate, ich tue aber wieder meine alte rein, so, und dann auf Anwenden, ja, ich will die Neuverteilung durchführen. So, dasselbe gibt es natürlich, gibt es auch bei der Pistole, die hat andere Mods, also das sind nicht die gleichen. Ja, und da kann man unten, wenn man genug hat, weiterklicken und so. Ihr seht, ich habe hier zwei Mods drin, für 8 und 4, dementsprechend ist meine auch Rang 12. So, beim Schwert auch genau dasselbe. Jetzt, wenn ich die Waffe austausche, gegen meinen Bogen, bei Mods schaue, ist hier meine andere Mod nicht mehr drin. Tja, das ist ein bisschen doof natürlich, aber die ist noch hier auf der Waffe drauf. So, ich müsste die also zuerst wegnehmen und dann kann ich sie auf die andere Waffe wieder drauf machen. Dasselbe gilt auch für die Warframes. Und da kommen wir gleich dazu, weil bei denen ist es ein bisschen anders. Okay, ihr seht, ich bin Level 22 hier oben, habe aber 44 Punkte. Das liegt an diesem Orokin Reaktor ist es, glaube ich. Einfach der Goldene, der verdoppelt einfach die Anzahl Punkte. So, jetzt nehme ich mal kurz hier eine Modraus, keine Ahnung, so den hier. Ihr seht, da steht auch Ember, das heißt, das kann nur mein Warframe haben. Und der kostet 4 Punkte. Hm, wenn ich den jetzt aber reinziehe, verliere ich nur 2. Das liegt daran, dass hier oben diese zwei Striche sind und hier auch. Das heißt, wenn ich den hier reinziehe, kostet es so die Hälfte an Punkten. Ja, das ist auch bei Waffen so. Zeige ich euch gleich mal kurz nach Möglichkeit. Die Pissola hat auch hier ein Zeichen. Nur habe ich leider noch keine Mod dafür bekommen. Dann einfärben kann man auch, das muss ich nicht unbedingt zeigen. Hier kann man die Farben anpassen. Und dasselbe gilt mit den Mods auch für einen Sentinel. Wobei, wer einen Sentinel hat, versteht wahrscheinlich auch ein bisschen, wie das Spiel läuft. Dann kann ich jetzt hier auf Mods klicken. Erstmal, all die Mods, die ich auf den Waffen drauf habe, werden hier nicht angezeigt. So, dann möchte ich euch kurz zeigen, ein bisschen, wie das funktioniert mit dem Moden. Ich sortiere mal kurz nach Name. Um zu schauen, ob ich was Doppeltes habe, ist es am besten. Ähm, ja, ich habe jetzt, das ist ein bisschen doof, dass ich gerade keine doppelte Mod habe. Das wäre nämlich eigentlich ziemlich gut. So, jetzt erstmal das Mod verbessern. Ich kann hier eine Mod, die ich will anwählen. Was will ich denn? Das ist ziemlich gut. Ähm, 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 ähm. Wo habe ich es denn? Hier? Hm, nee, nicht maximale Munition. Das braucht ja niemand. Ähm, da, Feuerschaden für Melee. Brauche ich auch nicht unbedingt gerade. Ähm, was nehme ich denn hier? Magazingröße für die Shotgun. So, jetzt nehme ich das mal. Und jetzt Fusion anwählen. Und jetzt auf eine Karte, mit der man es fusionieren müsste. Am besten ein Fusionskern. Ne, nicht am besten. Am besten, wenn ihr doppelt habt, dieselbe. Weil, das erhöht sich, das füllt den Dings gleich ganz auf, wenn es ungemodet ist. Ja, also das, äh, ja, das füllt ihn gleich ganz auf. Und sonst am besten ein Fusionskern. Da könnt ihr jetzt hier draufklicken. Ich nehme jetzt mal gewöhnlich 1, je besser. Ähm, je höher das ist, der Wert, also von 1 bis 5 geht es. 5 ist das Beste. Und selten ist auch das Beste, wie man hier sieht. So, nehme ich jetzt mal gewöhnlich. Und jetzt seht ihr, steigt es hier. Wenn das voll ist, dann geht es eine, wird hier, kostet die Mod 1 Punkt mehr. Und der Wert verdoppelt sich. Also er verdoppelt sich nicht, sondern er erhöht sich um den Grundwert. Das heißt, es wäre jetzt beim ersten Mal 20%, dann 30, 40 und so weiter. Ähm, man kann es so viel mal aufwerten, wie es hier am Rand so schwarze Punkte gibt. Jetzt könnt ihr hier fusionieren. Dann fragt es mich nochmal, will ich es machen für 450 Credits? Ähm, nein will ich nicht, weil ich habe die Mod schon aufgewertet einmal. So, huch, jetzt bin ich ganz raus. Ähm, ja. Dann noch, wenn ihr jetzt keine Fusionskerne habt und auch keine Doppelten und trotzdem unbedingt modden wollt, achtet euch auf die Zeichen da oben. Huch, da ist dieses Häkchen oben rechts bei der Karte. Die, wenn ihr solche miteinander vermoddet, dann bringt es auch mehr. Nicht ganz so viel, wie wenn es die genau gleiche ist, aber mehr. So, äh, hier kann man noch nach sortieren. Neueste, Wertung, Preis, Name, Typ, was auch immer ihr wollt. So, dann kommen wir hier noch zum letzten Punkt beim Arsenal, das Inventar. So, man sieht hier alles, was man hat. Äh, die Blaupausen, die man hat. Zu denen komme ich noch zu den Blaupausen. Und die Waffen, die man hat. Ich habe jetzt hier, äh, keine Waffe mehr. Ich könnte jetzt hier einen Slot kaufen. Das kostet mich aber zwölf, ähm, echtes Geld. Deshalb mache ich das jetzt nicht. Aber hier sind, äh, die Waffen, die man hat. Auch für den Warframe gilt dasselbe. So. Ah ja, und noch wichtig, Entschuldigung, hier unten, äh, die Bauteile, die man hat. So. Gut. Zu Kontakten muss ich wohl nicht viel sagen. Könnt ihr hier einfach unten Benutznamen eingeben. Und, äh, dann sollt ihr euch annehmen. So. Dann kommen wir zum Marktplatz. So. Das wichtigste für euch, hier natürlich echtes Geld ausgeben. Aber das wichtigste für euch wahrscheinlich Waffen. So. Es gibt hier erstmal, ähm, zwei Seiten. Besser gesagt, ein bisschen mehr. So hier noch mit verschiedenen Waffen. Jetzt seht ihr aber, dass zum Beispiel, jetzt seht ihr hier zum Beispiel die Bronco. Die habe ich jetzt nicht. Kann ich auch nicht leisten. Die kostet 35.000 Credits oder 190, ähm, Echtgeld. Also, oder ist es. Das heißt, ihr könnt entweder mit Credits oder mit echtem Geld bezahlen. Was ihr auch, äh, ich würde euch Credits dringend empfehlen. Ähm. Weil das ist viel besser. Jetzt will ich aber vielleicht mir so eine Viper kaufen. Aber die kostet, die kann man nur mit echtem Geld kaufen. Tja, jetzt habe ich, jetzt habe ich Pech gehabt. Dachte ich zumindest zuerst. Weil ich kann hier hinten zu den Blaupausen gehen. Und dann sieht man hier, die Viper. Blaupause kostet 20.000 Credits. Jetzt, was ist die Blaupause? Wenn ihr das kauft, dann kommt, dann, ähm, habt ihr das jetzt gekauft mal so. Und dann könnt ihr euch bei der Schmiede, seht ihr hier alle Blaupausen, die ihr habt. Und da seht ihr noch die Teile, die sie benötigen. Zum Beispiel hier, MagSystems, habe ich genug. Habe ich alle Teile zusammen. Und das kostet mich nochmals 15.000, um das herzustellen. Das heißt, äh, wenn ihr eine Blaupause von einer Waffe kauft, die 20.000 kostet, braucht ihr erstmal Teile und dann wahrscheinlich nochmals etwa 20.000, um das herzustellen. Die 12 Stunden Wartenden sind jetzt ja nicht so schlimm. Also, man kann auch das eigentlich alles auch mit nur Ingame-Geld zusammenkriegen. So, dann gehen wir hier nochmal kurz raus. Ähm, zu den Warframes. Da ist es genau dasselbe mit den Blaupausen, nur sind die extrem schwer zu bekommen. Also, die Warframes könnt ihr wahrscheinlich erst machen, wenn ihr viel weiter seid. Nicht gleich am Anfang zu denken, hey, ich will den zweiten Warframe lieber erstmal, ähm, gute Waffen. Dann Pakete, die sind unnötig. Hier kann das jetzt zum Beispiel nur für, ähm, Dings, nur für echtes Geld kaufen. Ist aber ein bisschen unnötig, weil hier, das sind einfach so, ja, so, also es sieht besser aus dann. Hier zum Beispiel die Farben oder dieser Helm oder so ein Zeugs. Oder der Helm hat manchmal auch eine Fähigkeit, die ist aber nicht unbedingt wirklich viel besser. So, ähm, noch zu der Ausrüstung. Auch hier kann man nur mit echtem Geld kaufen, gewisse Dinge. Aber ehrlich, so eine Munitionskiste braucht ja kein Schwein. Und hier Skin, wer braucht das schon? Herrlich, also. Oder auch Farben, mehr Farben. Man hat eigentlich schon ziemlich viele, also ehrlich, ich, das braucht man nicht. Höchstens den Orokin-Reaktor, der ist echt gut, aber man kommt auch gut ohne zurecht, muss ich euch sagen. Ja. Ähm, dann, was wollte ich euch noch? Ich wollte euch noch was Kurzes zeigen. Hier oben gibt es, ähm, Online. Schauen wir uns das mal kurz an. Wenn ihr auf Online geht und dann einen Planeten wählt, dann seht ihr hier Spieleranzahl und da könnt ihr hier drauf und dann kommt ihr halt random in eine Gruppe. Ihr könnt aber auch privat und dann, ähm, könnt, spielt ihr nur, also dann können nur Freunde zu euch joinen. Jetzt könnt ihr ein Spiel starten und Freunde joinen euch nach. Oder, ähm, ihr könnt auf Kontakte und dann rechtsklickt drauf und dann könntet ihr jetzt einladen hier, wenn sie online wären. Oder ihr könnt Solo, ja, ihr wurdet von der Spielsaison getrennt, dann spielt ihr alleine. Also dann kann euch auch niemand nachjoinen und so, dann spielt ihr alleine. So, ähm, ja, dann kommen wir noch zu den Warnungen. Hier unten stehen manchmal Warnungen, jetzt gerade leider nicht, das ist ein bisschen random. Je nachdem, ob ihr die Map habt oder nicht, auf der die Warnung ist. Die solltet ihr machen, wenn es geht, ähm, weil die gibt meistens ziemlich viel Geld und wenn ihr Glück habt, noch ein random Gegenstand, da seht ihr dann, wenn ihr draufklickt, würde so ein Fragezeichen dort. So. Das ist meistens ziemlich gut, da gibt ein Artefakt oder sowas. Artefakte sind extrem geil. Verjüngung regeneriert vom Team, erhöht die maximale Gesundheit, der hier oder das mehr Munition für Gewehre. Ich nehme aber die Verjüngung rein. So. Und noch ein kleiner Tipp, falls ihr Geld bekommen wollt, wenn ihr schon ein bisschen weiter seid, vielleicht jetzt nicht, wenn ihr schon auf dem neuen Planeten seid, den Boss, den es hier gibt, unbedingt machen, weil von dem kriegt man eine Schwertblaupause und die kann man dann jedes Mal für 2500 Credits verkaufen und dann kriegt man noch ziemlich viele Mods und so dazu. Ja, das ist ziemlich gut, um relativ schnell relativ viel Geld zu bekommen. Ja, dann wär's das eigentlich von diesem kleinen Einführungsvideo. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, ich habe euch jetzt wirklich nur so groß erzählt. Ach ja, genau, etwas habe ich noch vergessen, was vielleicht viele ein bisschen merkwürdig finden am Anfang. Hier werde ich jetzt hier... Ähm, wo ist denn die Waffe? Hallo? Wo ist die denn? Oh nee, habe ich jetzt schon alle Waffen freigeschaltet? Das ist hier, die Heck. Zu wenig EP. Hm. Okay, schauen wir mal. Aha, Schrotfinte, bla bla bla. Hier noch Schaden, wie viel Schaden sie macht und so könnt ihr euch alles vorhin anschauen. Für diesen Gegenstand benötigst du mehr EP. Du musst Drang 4 erreichen, bevor du ihn kaufen kannst. Hm. Aber haben wir nicht vorhin gesehen? Ich meine, ich bin Rang 22. Rang 22. Und da steht, ich bin erst Rang 3 oder so und ich muss Rang 4 sein. Hm, aber ich bin doch schon viel höher. Tja, das ist das hier oben beim Bild. Das ist euer Rang hier für die Waffen gemeint. Am Anfang, als ich angefangen habe, war man Rang 0 und ist dann sehr schnell auf Rang 1 gestiegen. Mittlerweile beginnt man glaube ich bei Rang 1 und der Balken hier fühlt sich wirklich nur extrem langsam. Also ja, das dauert schon ziemlich lange. Am Ende von einem Balken gibt es dann eine Abschlussprüfung sozusagen, die aber sehr einfach ist. Meistens muss man eine gewisse Anzahl Gegner, also meistens, ich glaube es sind immer vier Wellen, drei oder vier Gegner Wellen, die kommen. Immer so etwa an vier Gegner oder so, muss man die mit einer bestimmten Waffe töten. Also entweder mit der Pistole, Nahkampf oder halt das Gewehr. Ja, und dann hat man nur diese Waffe, aber die von einem selber. Also wenn ihr eine gute Pistole habt, könnt ihr die auch benutzen. Tja, ähm, das war's dann aber. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch erklären könnte. Falls ihr immer noch Fragen habt zu dem Warframe hier, äh nicht zu dem Warframe, einfach zum Spiel Warframe, dann schreibt mich doch an oder wenn es, wenn viele die gleiche Frage haben oder mehrere Fragen, mach ich vielleicht nochmal ein kurzes Infovideo. Ja, aber das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen geholfen, euch besser in das Spiel, besser in das Spiel reinzukommen. Ja, weil es macht wirklich sehr viel Spaß, wenn man mal so das grundlegende Zeugs verstanden hat. Tja, Leute, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut und tschüss.